Mhhh, hey Leute, es ist Erplin hier. Heute geht es um eine Sache, die ich absolut hasse, und zwar Denuvo. Falls ihr es nicht kennt, Denuvo ist eine Anti-Piraterie-Software, und zwar, es wird so meistens benutzt in Ubisoft-Titeln, aber auch von einigen anderen Publishern. Und es ist eine absolute Krebsmaschine, also unironisch, ich habe nur Hass gegenüber dieser Software. Denuvo ist eine Anti-Piraterie-Software, die halt für eine gewisse Weile Piraten davon abhält, einfach das Spiel online zu stellen. Es ist quasi, es macht es sehr viel schwerer, das Spiel zu cracken. Macht ja erstmal Sinn, ne, die wollen Geld mit ihrem scheiß Spiel verdienen, sonst würden sie sich dann nicht entwickeln. Das Problem mit Denuvo, was ich habe, ist allerdings, es ist ein absoluter Sucker von Performance, also unironisch. Es gibt mehrere Cracks, wo Denuvo komplett entfernt wird, zum Beispiel von Assassin's Creed Odyssey. Und es gibt ja so viel Performance auf Low-End-Hardware, du kriegst locker irgendwie 10 FPS mehr raus, aus fucking Assassin's Creed oder so, in Denuvo einfach nicht existiert. Das ist so traurig, dass wirklich einfach ein fucking Anti-Piraterie-Zeug, einfach nur Low-Spec-Leute, wo ich auch den Großteil meines Lebens immer dazugehöre, einfach irgendwie komplett in den Arsch fickt. So, du kannst einfach als Low-Spec-Gamer nicht viele Spiele genießen, weil halt der Nuvo da ist. Und ja, diese 2-3 FPS-Cloud, die du halt irgendwie brauchst, um irgendwie das Spiel spielbar zu machen, finde ich so. Es ist einfach nur richtig unangenehm, dass ich einfach die gesamte Low-Spec-Seite von Gaming in den Arsch ficken, indem sie ja einen scheiß Piraterie-Zeug machen, so. Meiner Meinung nach, sobald das Spiel sowieso gecrackt wurde, sollte man Denuvo entfernen, einfach nur, weil es dann halt an dem Punkt schon nichts mehr bringt. Denuvo ist an dem Punkt einfach nur noch drin, um deine scheiß Performance zu irgendwie zu kruppeln, ne? Es hat einfach keinen Sinn. Es ist absolut sinnlos. Du machst nur damit irgendwie die Performance von Low-End-Gamer kaputt und es hat absolut keinerlei Vorteile für den eigentlichen Publisher, weil wenn das Spiel schon gecrackt wurde, warum solltest du noch irgendwie das Spiel beschützen? Warum solltest du noch irgendwie das Spiel irgendwie versuchen zu lüten vor Crackern? Genau, gar nicht. Es ist absolut fucking sinnlos. Aber hey, Ubisoft, das wäre ja Arbeit. Du müsstest ja kurz einfach ne Steuerung Z machen oder so. Ne, es ist einfach nur absolute Dummheit. Und es ist einfach nur nervig. So, ich kaufe legitime Spiele und habe dann beschissenere Performance bei Anti-Cheat. So absolut hängen geblieben. Aber hey, was will ich machen? Ne, ist auch absolut scheißegal. Danke fürs Zuhören. Ne, hängt dran. Abonniert mich, dislike mich. Hängt über die so fickte Glocke. Bleibt Toxta schon jetzt. Runter von dem Rasen in die hohen Sinne. Ja.